Hallo und herzlich Willkommen zum BAM Simulator. Zum Penner Simulator. Heucht mal. Okay, ja. Der Penner Simulator. Also wir jumpen einfach mal in den Penner Simulator. Was haltet ihr davon? Wir gucken uns das Ding einfach mal an. So, Schwierigkeitsgrad normal. Du verlierst mit normaler Geschwindigkeit Gesundheit, wenn deine Bedürfnisleisten leer sind. Deine Bedürfnisleisten werden mit normaler Geschwindigkeit entleert. Ach, okay. Feinde verursachen normalen Schaden. Du verursachst normalen Schaden. Feindliche Penner überfallen in kleiner Zahl. Deine Basis. Achso, ansonsten kommen sie mit einer ganzen Armee oder was? Gut. Oh Mann, Scheiße, das kann er nicht werden. Der singt immer noch. Das ist eine kranke Scheiße. Wirklich. Das ist einfach ein Genuss, einfach nur zuzuhören. Einfach nur lauschen. Oh, geht los. Scheiße. Karl, der Einkaufschrank. Was. Until Evil Way Corporation turned me into a shopping cart. Now we have to get my body back. Oh, and your brain too. They cut out like... Half of it. Possibly more. Err? No worries. I'll teach you everything. That's what friends are for. Let's start with the basics. You have to eat and drink to survive. You still remember that, right? Err? Um zu überleben, musst du deine Umgebung nach Essen, Trinken und Schrott durchsuchen. Ja, Karl. Also, Karl wurde verwandelt in den Einkaufswagen und uns haben sie die Hälfte des Gehirns weggenommen. Straßenleben, durchwühle die Mülleimer nach Essen. Ach du, Alter. Brotverdorben. Ich muss ein bisschen zur Seite, aber also, warum soll ich jetzt die Tonnen umdrehen? Ah, nehmt mal her. Ich bin jetzt noch mal weggeflogen, ne? Okay. Ich denke... Reiße die Mülltonnen auf? Welche? So, was ist denn damit? Plastikflasche? Okay, entschuldige. So. Oh, scheiße. Boah, ne Pfanne. Ach so. Du kannst es in mir und wir können es später verkaufen. Schau es an mich. Oh, das hat den Platz. Aber... Schrapp ist nett, aber wir brauchen trotzdem etwas, um deine Wunsch zu verhindern. Ach so, ich muss... Ich geh mal auf die linke Seite, ne? Dann könnt ihr auch die Karte sehen. Ich versuche diese große Böden von Träsen. Okay. Oh ja. Nichts, oder? Nichts, oder? Na, es scheint, dass es nichts zu essen gibt, hierher. Ich glaube, es bedeutet, dass ich mit dir mit dir zusammengebracht habe. Ja, ich habe es mit dir. Ja, ich habe es immer noch. Ja, ich weiß, dass ich nicht zu essen oder essen in meinem aktuellen Zustand. Nein! Nein! Ich werde dich nicht sterben lassen. Nein! Schau mir an mich wie das! Es ist jetzt alles dein. Hilf dir selbst! Der hat die ganze Zeit Essen und Trinken bei gehabt. Aber das kann ich ja... äh... Verbrauchen. Nicht doch! Auf Vortag! Okay, Pal. Wenn wir mein Körper wiederholen haben... Und dein Gehirn... Dann brauchen wir deine besonderen Macht. du bist der Pigeon Master! Ich bin der Meister der Tauben, ja? Dein Pigeon Koop ist doch kurz gebrochen. Ich warte, dass die Bugs die Zähne verpüren haben, während wir durch Evalesweise experimentiert waren. Die Bugs! Einer der Bum Gangs, die in dieser Stadt regeln. Wir sind die Kreezi. Sie sind die Bugs! Und was tun wir mit Bugs? okay die bachs ist eine penner gang und wir die creeps ist eine wenn er ging was er jetzt machen wo soll man hin eingepennt wir müssen erst das mal was er sagt Ich geh ja richtig ab hier. Beeil mich doch schon. Irgendwann steht doch schon einer. Verfügbare Aufgaben sind mit dem Buchstaben auf deiner Karte markiert. All righty then. Das wird die festgelegten Gegend und mit der Hauptaufgabe sind mit einem C für Karl markiert. Na, mit der Aufgabe zu beginnen, gut. Jetzt muss ich hier rennen. Soll ich dich nicht. Hey, Buggface! Shh. Bleib da da. Pretend dich auf den anderen Weg. Ich mache das gleiche. Das ist es ebenso. Das ist gut. Das kann ich nicht so tun, ohne dich zu schreien. Das ist gut. Das ist nichts. Wir gehen nach Bussien. Ich brauche etwas Informationen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum du nicht so tun. Du hast gehst. Du hast gehst aus dem Garten. Ich weiß woher sie einen gewissen. Aber es wird dir kostenlos sehr viel Geld. Das ist gut. Leute, belästigt. Der Text geht da mal raus. Ich habe noch kein Glücksfeld. Halte Tab gedrückt, um das Fähigkeitsmenü zu öffnen und wähle Battlen, um den Battle-Modus zu öffnen oder zu schließen. So, ich halte Tab gedrückt. Warte, Zeit, um die Leute zu wissen, dass du etwas Geld brauchst, indem du eine Message auf der Karte schreibst. Warte, Will, nein, kann ich auch, äh, nein, nicht doch alles weg, Will, Jeld, okay, Ergebnis 8 Plus, Will, Jeld. Warte, eine Sache müssen wir noch mal. Damit ihr auch wissen, wir sind freundlich, ne? So, folgende Anweisung. Deinen ersten 10 Dollar. Ja, danke. Ja, guck mal, er hat mir gleich zweimal. Was habe ich denn da jetzt? 10 Pfennig oder 10 Cent? Die bleibt hier. Ach, da rechts steht. Boah, 5,50. Geil. Geben mir alle, ey. Geben mir. Geben. 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 Steil. muss ich jetzt wieder um switchen auf boxen er hat sich mit meinem folge eingeschlossen was soll denn die kinderjahre ganz ehrlich wo wissen hinten heute mit mein folger aus du hast du willst du deinen liebsten fahrer zurück das ist der einzige fahrer, den du bekommst naja, nicht nur stand da, schnapp ihn zurück du musst stärker als das versuchen, mich zu schrauben Oh nein, was ist das denn? Komm her, ja! Schluck! Was ist jetzt los? Bam! Zack! Komm her, ja! Pissi, pissi! Komm voll in die Schnauze! Uhu! Pissi, pissi! Pissi, pissi! Mal gehende! Ah, was hast du davon? Ratte! Guck mal her, Birdie. Birdie, Birdie! Nicht durchdrehen. This little guy is your only pigeon. Make good use of him. Eh. Or her. Jeez, can't assume genders these days. Anyways, your birdie looks weaker than usual. We should visit the pigeon lady. She might be able to help. This way. Let me go! A talking shopping cart. New toy of yours, eh? Say where you are and give us your pigeon back, or this freaky thing goes bye-bye. Sag mal. Little help, pal. Ja. Ach so, jetzt muss ich die Tauber aussehen. Was ist das denn? Shuriken? Äh, da kann ich... Shuriken? Shuriken? It seems that you have recovered your Shuriken-Pigeon. Shuriken? You trained it using the forbidden techniques passed down onto you by your ancestors. It flies in a straight line and lodges itself into the target, dealing damage and even knocking the man down if it hits the head. You can upgrade it to equip it with pigeon-friendly Explosives and to make it fly faster. Ich kann die Tauben mit Sprengstoff bestücken? Bam! Thanks, pal. Let's fly! Bring die Tauben zur Taubenfrau. Ja, äh, ach so. Fährt der jetzt hinterher? Ja. Walken wir einfach mal los. Da, 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 da. Ja. Wo ist die Taubenfrau? Hier, der gelbe Punkt. Ich würde einfach mal sagen, wir walken mal dahin, ne? Zum Jelpenpunkt, das kann ja nur das sein. Aber meiner hat keine Ausdauer mehr, ich verstehe. Aber jetzt wieder. Oh oh, da sind rote Punkte, das bedeutet, da sind andere Gang-Glieder. Was ist denn da los? Da soll ich hin, ging mal... Oh oh, es scheint, wir sind nicht die einzige, die eine Besitzung zu der Pigeon-Lady bezahlen. Sie, ich kann nicht glauben, dass sie uns rauskriegt. Ich war sicher, dass sie meinen verrückten alten Händen... Äh, da lang? Zwingt mich noch nicht dazu. Ich pisse und werfe Tauben. Guck mal, die hängt... Die hängt in ihm drinnen, die Taube. Oh, scheiße, ich will noch mehr. Ich muss hoch. Jetzt wird geboxt. Geboxt und gepisst. Ja, warte jetzt. Nö, aber Pisse. Ey, entschuldige. War doch keine Absicht. Ich muss hier weg. Kann ich hier rein? Nicht? Oh, Mann. Eingepennt. Ich bin eingeschlafen. Man, dabei war ich doch nur am Pissen. Ich war doch nur ein bisschen am Pissen. Ich kann ja nicht wissen, dass die gleich so durchdrehen. Ich meine, ich wurde umzingelt von anderen Pennern. Ah, scheiße. Ja. Das ist halt natürlich kacke, ne? Da hast du mal... Bamhunter? Wie ist das hier? Hier ist ein Pennerjäger? Oder was? So, geh mal jetzt. Hier geh mal rin. Ach, hab dich nicht so, ja. Sie sieht aus wie ne Taube. Yeah, sie verhält sich auch so. Long time no see, friend. My pigeons already told me what those pesky bugs did. Let me look at your bird. Oh, what a sorry sight. It used to be so huge. Now it is so small. I'm talking about its spirit. It's tiny and scared. The poor thing lost its home. Got separated from its master. Was held hostage. However, all is not lost. With enough rest and care, its pigeon spirit will become big and strong again. You need to rebuild your pigeon coop. Only then will you be able to bring your birds back to their full potential. Yeah, then lass mich das da aufbauen. Unfortunately, I can't help you with this quest, as it requires parts and skills beyond my reach. However, my winged friends whisper something about a certain entertainer and his scrapyard. He might be able to help you. I'll mark his whereabouts on your map. Please, visit me whenever you need seeds and gifts for your precious pets. Now go, build the coop. In the meantime, I'll send out my friends in search of your lost birds. Free of charge. For old times sake. This is just a... Oh, no, no, no. I don't know... I'm trying to get the power TD to open the characters. Wow, come on, why is the Schrift there? Cool, what have we here? Starkes Herz, Ausdauer, Eisenbahn, Verbrauchsgegenstände, Stillen, mehr Durst und Hunger. Oh, das ist schon mal geil. Ja, das war es mit meinen Talentpunkten. Ja, ist ja nett von dir. Die sucht jetzt unsere verlorenen Tauben. Das ist ja natürlich ganz lieb. Was hast du denn hier noch drin? Hängt nicht ab. Genau, ich fress da mal einfach was von. Das ist doch scheiße. Das Spiel ist in so vielen Dingen einfach krank. Völlig krank. Aber ich habe mir gedacht, das könnte ganz lustig sein. Nein. Vandalismus? Wo ich den angefahren habe oder was? Auch jetzt dreht man nicht durch. Alter, das stimmt doch nicht. So, was war das denn? Ach, hier muss ich hin. Hier, ich bin ja schon da. Geil. Guck mal was. Kalle, bist du hier oder was? Du bist ja ein Clown. Mehr professionell. Mehr not a mentally unstable clown with a hook for a hand. Uh-huh. Idiots. My place has the most bang for the buck. My stuff is dynamite. Take that silly car to yours and go tell them that I won't go down quietly. Wait. Sorry. I'm a little bit short built lately. My psychiatrist says I need to be more grateful for what I have. I try. I really don't. It's hard when someone tries to demolish everything he has. How are you doing? You deliver a small package and I'll provide you some free stuff, huh? Wait. Klar. Oh, wenn ich eine Wahl habe. Ziemlich verarschen, Clown. Junge, das ist eine Bombe. Was soll das ein Witz sein, ey? Mann, denn verpiss ich. Ups. Ah, der ist nicht so schlimm. Die Kopfverfolge mich. Also, ich glaube, die haben mich verloren, oder? Nein, da ist doch noch einer. Kein Wunder, ich renne hier mit einer Bombe auf dem Einkaufswagen rum. Ihr habt keine Zeit für euch, Koppels. Ah, jetzt blinkt der Stern schon. Wie soll ich das schaffen? Ah, doch, das schaffe ich. Komm, das schaffe ich. Da. Ja, bin da. Zack. Runtergekickt. Ja, dann gut die Idee, ne? Vandalismus. Alter. Volle Sterne. Fast. Einer fehlt noch. Tauben, helft mir. Okay, der nicht. Quick, find a place to hide. Der kommt. Ja. God of Thunder. God of Thunder? Was redest du da für ein Scheiß? Was ist denn mit dem los? Ist der besoffen? Quick, find a place to hide. Oder bin ich besoffen? Ah, guck mal. Ich laufe hier ganz gut eigentlich. Mann, älter, warum rennt mir jeder Arsch in den Weg? Lass uns einraten. Stimmt, der Clown hat ja gesagt, wir treffen uns bei mir zu Hause. Deswegen habe ich mich schon gerade gewundert, wieso jetzt auf einmal der C irgendwo am Osch der Welt ist. Am Osch. Alter, warten die da schon wieder auf mich? Äh. Nope. Nope, thanks. Mann, geht mir aus dem Weg, ey. Aua. Hilfe. Wer hat mir eingefahren? Ja, hier. Heben wir einfach die Straßen an. Ich meine, wir haben ja auch so genanntes Fahrzeug. So, hier ist also mein Zuhause, ja? Hey, da bist du ja. Klar. Wo ist denn ein Kaufsang? Oh, den Material hat es gehabt. Ah, scheiße. Ich bin ja auch schlau. Ich gehe draußen, ich nehme ihn irgendwie. Ne. Okay. Was macht er jetzt was aus? Achso, ja, okay. Okay, alle hier bei Karin, ne? Bergbank bauen? Was? Achso, ich kann hier bauen? Okay, gut. Also, Baumodus eröffnen, Katalog öffnen. Fähigkeiten, Produkte, Utility, Kochen, Garten, Verteidigen, Bauwerke. Bauwerk, muss ich... Ne, also, Produktion. Da ist der Herstellungstisch. Stelle Reparatursets, Bauteile und andere nützliche Gegenstände her. Das machen wir mal hier. Nehmen wir den Schlafplatz. Bauen. Okay, interagiere mit der Werkbank, um das Herstellungsmenü zu öffnen. So, was sollte ich jetzt machen? Bastel ein einfaches Reparaturset. Einfaches Reparaturset. Ah, okay. So, jetzt müssen wir... Schuriken, Stall, äh, Lebensdauer, bla bla, erfordere ich... Okay. Zerstören. Katalog. Wie kann ich das jetzt einsetzen? Nicht treten. Mit E oder was? Ne. Warte mal. Muss ich den Baumodus verlassen? Wie sieht der nicht aus? Hier, wo ist der mit Inventar? Ne, battlen will ich nicht. Ups. Entschuldige. Wollte nicht pissen. Da wollte ich... Warte mal. Hä? Nicht zerstören. Verstehe ich nicht ganz, ähm... Mach mal den Baumodus weg. Das wusste ich doch. Er hat das Scheißding, nämlich. So. Nimm das mal bitte. Reparieren. Boom! Easy. Time for me to blow. Remember that you can visit my place to buy rare materials. I might even give you some in exchange for more... Give Deliverance. Okay, das müssen wir uns merken. Du kannst bei Herrn Jello jetzt mit Materialien kaufen. Aha. Du kannst deine Taubenfähigkeiten jetzt im Taubenstall aufwerten. Uh-huh. Good job, pal! Du hast nicht zugewiesene Talentpunkte. Äh, okay. Was haben wir noch hier unten? Basisbau. Grüner Daumen. Eingepflanzte Samen wachsen schneller. Creeps erschaffen dir mehr Gegenstände, wenn sie ihre zugewiesene Missionen erledigt haben. Aha. Besseres Werkzeug. Senkt die Materialkosten für alle Bauwerke. Ey, das machen wir mal. So, okay. So, was? Interagieren. Upgrade. Okay. Nägel. Aluminiumblech. Krass, ey, da geht ja noch eine ganze Menge, ne? Was ist das? Da kann ich pennen. Das ist der Recycle-Teil. Was ist denn, was ist denn, wenn ich das hier nehme? Ne, das geht nicht, ne? Schade, das geht nicht, aber... Wollen wir das wirklich, eine dreckige Plastikflasche? Nicht? Entschuldige bitte. Äh, gut. Das war's für die Folge. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat euch unterhalten. Also, ich find's ganz funny. Und ich denke, da kommt noch einiges, ne? Werkbank, Mission. Es hat so was wie... Wie so ein altes GTA irgendwie. Auch die Karte da unten. Ähm, ja, egal. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich hab euch unterhalten. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.